Im heutigen Video zeige ich dir ein WordPress Plugin, was du verwenden kannst, was kostenlos ist für Google Analytics. Weil Google Analytics hat jetzt ja das neue System rausgebracht, das GH4. Das heißt, das Universal Analytics wird nicht mehr supported. Von was spreche ich, wenn wir uns jetzt hier auf Google Analytics einloggen? Gibt es, wenn du das nicht automatisch irgendwie schon selber gemacht hast und du hast noch einen Universal Key verwendet, wird das automatisch jetzt, wird eine Kopie erzeugt mit GH4, also die Einstellung von dem auf GH4. Und im heutigen Video zeige ich dir Folgendes jetzt auf meiner Webseite, hier auf Xlima zum Beispiel, verwende ich ein Plugin mit diesem Design, wo ich hier zum Beispiel switchen kann zwischen drei Jahre, sieben Tage, 14 Tage, Users. Ich kann sogar Page Views, also ein sehr simples Design, mit dem ich sehr viel sehen kann, ohne dass ich mich extra immer in Google Analytics einloggen muss. Und welches ich da jetzt heute verwende für diese neue Property, das will ich dir heute im Video zeigen. Warum ich das mache? Ganz einfach, es gibt da viele Plugins, zum Beispiel Monster Insights ist ganz oft immer genannt, aber die hatten mal eine kostenlose Version, die so viel gezeigt hat und irgendwann im Laufe der Zeit haben die immer mehr weggestrippt, also quasi weggeschnitten und es ist nur noch in der Paid-Version verfügbar. Und ich denke mir halt einfach, Moment mal, Google Analytics ist ein kostenloser Service, du kannst es mit deiner Webseite verbinden und siehst den Traffic von deiner Webseite. Und wenn du hier auf Google Analytics gehst und bist eingeloggt, dann siehst du auch alles. Warum soll ich denn nochmal extra zahlen, nur damit ich diese Daten, die da sowieso verfügbar sind, in meiner Webseite sehe? Ist meine Meinung, du kannst es anders sehen, du kannst die anderen supporten. Ich mag das schlichte Design von dieser Seite, von diesem Plugin hier zum Beispiel. Und ich hatte über die letzten Jahre immer wieder diese Plugins, die dieses Design hatten. So, das alte hatte ich aber, also mein altes Plugin hat aber eben nur Universal Key unterstützt. Also wenn wir hier jetzt in Google Analytics reingucken und hier oben nochmal draufklicken, das hier, UA. Aber jetzt brauchen wir das neue, neue Property. Ich gehe mal jetzt hier drauf, das sieht dann folgendermaßen aus. Du kannst zum Beispiel hier auch auf Verwaltung klicken und dann unter Verwaltung siehst du hier da Datenstreams. In den Datenstreams siehst du auch schon, ob das miteinander verbunden ist oder nicht. Ich kann das jetzt hier mal anklicken für meine Webseite. Wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann sehe ich hier die Tag-Einstellungen. Du kannst das ignorieren, weil du es schon gemacht hast. Wenn nicht, ich zeige dir jetzt einfach, wo du die manuellen Tags findest für deine Webseite. Also hier manuell installieren. Das ist der Code, der in deinen Header-Code von deiner Webseite muss. Das heißt, das kopiere ich und das kann entweder dann ins Plugin oder in meinem Fall gibt es, ich verwende ein Team, in meinem Fall Teamify. Dort kann ich in den Einstellungen Header-Code-Snippets hinzufügen. Wenn du irgendwo so ein Plugin oder dein Team das unterstützt, kannst du es an der Stelle machen. Aber egal, das Wichtigste jetzt für das Video ist jetzt, welches Plugin verwende ich denn jetzt. Also wenn ich hier auf Plugins jetzt gehe, ich verwende aktuell das Analytics Insights für Google Analytics vor AIVP. Du kannst es folgendermaßen hinzufügen. Sieht übrigens so aus. Das ist der Hersteller und ich kann jetzt hier auf Add New oder Installieren im Deutschen. Dann kann ich hier jetzt genau das eintippen in der Search Bar. Dann wird genau das hier auftauchen. Ist wie gesagt komplett kostenlos. Danach kannst du sogar den neuen GH4 connecten mit deiner Webseite und dann in den Einstellungen quasi nur noch aktivieren. Und dann that's it. So bekommst du dieses Dashboard, was ich für WordPress verwende. Zack, mit den ganzen Einstellungen. Eine kleine Info. Ich habe mir die ganzen Videos angeguckt, weil es gibt eine komplette Videoserie von Google Analytics. Also Google Analytics hat auch einen YouTube-Kanal. Und als der Wechsel kam, weil ab Juli 2023 kann man das alte nicht mehr verwenden. Die haben das jetzt gestoppt, wird nicht mehr supported, tut keine Seitenviews mehr tracken. Das heißt, du musst, wenn du Analytics verwendest, jetzt auf das komplett neue umsteigen. Ich werde jetzt nicht über die ganzen Einstellungen gehen, wie du mir das einstellst. Da gibt es eine Serie, wie gesagt, bei Google Analytics. Die haben aber darüber gesprochen und das ist vielleicht das Interessante noch. Man kann die zwei nicht mergen. Es kann zwar Daten übernommen werden, wie das, was ich dir hier gezeigt habe, dass wenn ich jetzt hier oben klicke, dass mir automatisch ein GA4 angelegt wurde mit den ganzen Grunddaten von hier. Aber was nicht geht ist, deswegen siehst du nämlich auch, mein ganzer Traffic von den letzten drei Jahren ist gar nicht mehr da. Es ist jetzt ein Hard Reset. Ich sehe jetzt meine Daten ab dem neuen GH4. Noch siehst du sie aber, wenn du hier reingehst und zum Beispiel hier dann eben auf University gehst, dann kannst du die alten Daten angucken. Aber ab jetzt ist es, da haben sie gesagt, es geht leider nicht, dass man das verbinden kann. Anyway, das Wichtigste aus dem Video heute ist, dieses Plugin, das verwende ich, das ist kostenlos und das funktioniert auch mit dem neuen GH4 und das ist das Plugin, was ich auf all meinen Webseiten installiere und verwende und dafür nicht extra zahle, weil das gibt mir die Daten, die ich schnell sehen möchte, wenn ich mich in die Webseite einlogge. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und das konnte dir helfen. Wenn ja, gib mir einen Daumen hoch, abonnier auch meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.